Umgehend von den Schweizer Bergen im Kanton Zürich betreibt der ehemalige Olympionik Sonny Schönbächler ein Gesundheitshaus in Affolter am Albis. Neben dem Fitnessstudio GymFit für effektives Training werden auch Physiotherapie, Wellness und Beauty angeboten. Mit eGym hat GymFit 50% mehr junge Mitglieder gewinnen und insgesamt um 15% wachsen. Wir haben das Fitnessstudio mit elektronischen Kraftgeräten eröffnet. Wir sind mit eGym und haben von Anfang an ganz viele neue Kunden bekommen und das hat sich rumgesprochen. Dann ist aber leider alles anders gekommen, dann ist nämlich Corona gekommen. Horror für unsere Branche und auch gleichzeitig noch ein Discounter in Affolter am Albis und hat uns das Leben schwer gemacht mit Dumpingpreisen. Wir haben uns dann überlegt, was wir machen sollen. Wir sind so gut und exklusiv und qualitativ besser, wir behalten unsere Preise und haben gleichzeitig noch investiert in neue elektronische Trainingssysteme. Wir haben jetzt die brandneuesten eGym-Geräte, wir haben alle neue Ausdruckgeräte von der Matrix und wir haben den ganzen E-Flexpark. Der Vorteil des neuen Modus, der erst kürzlich eGym eingeführt hat, ist der Open-Modus. Der ist bei den jungen Leuten eingeschlagen wie ein riesiger Knaller, weil alle, die im Freihandelsraum bei uns trainiert haben, die können jetzt an das eGym-Gerät herhören sitzen. Mit diesem Open-Modus können Sie das Gewicht bestimmen, die Wiederholungen bestimmen, Sie können eigentlich alles selber bestimmen und das ist ein riesiger Fortschritt für uns. Der Arbeitsablauf ist natürlich mit unserem neuen Trainer-App wesentlich vereinfacht. Wir können dem Kunden eigentlich alles, was ihn betrifft, direkt zeigen. Wir sind immer auf dem neuesten Stand und können ihn auch gezielt darauf ansprechen. Ich bin Metal Glarner, ich habe vor drei Jahren meine Rücktritt gegeben vom Spitzensport. Jetzt bin ich ganz normaler Sportler einerseits und andererseits habe ich mich zusammen mit einem Partner selbstständig gemacht. Wir betreuen 30 Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ich bin vor einer Zeit auf eGym aufmerksam geworden und es macht total Sinn, dass bei mir arbeiten als Trainer jetzt, weil du die verschiedenen Modi hast und eine Mehrwert, die du hast, ist natürlich die Leistungsangabe in jeder Wiederholung, nach jeder Serie. So hast du einerseits eine Challenge zwischen den Athleten, andererseits hat der Athlet immer gleich ein direktes Feedback, wie gut bin ich heute gewesen, wie weit bin ich auf meinem Weg zu meinem grossen Traum. Wir haben also, seit wir eine vernetzte Trainingsfläche haben, haben wir Wachstum von 15% generieren in wenigen Monaten. Wir haben Fluktuationen auf 20% reduzieren und wir haben vor allem die junge Mitgliedschaften um 50% erhöhen können. Also wir haben viel mehr junge Leute und das ist ein tolles Erfolg, den wir da im Moment führen. Wir haben wunderschöne. Wir haben viel mehr Zeit. wir haben viel weniger gut oder weniger. Wir haben viel wenigerampaio, das ist eine Zache. Wir haben viel mehrwehrof, das ist eine Zache für heute, die wir heute kennen unseres. Wir haben einen Plan mit drei Reitschaft. Wir haben eins, wir haben Zeit und auch nicht.